Es sind nämlich gerade 4 von 20 Spielern online Neueste Version Wie, da haben nur 20 Spieler Platz? Auf dem Server haben nur 20 Spieler Platz? Eigentlich mehr, ich weiß auch nicht, warum Wieso können da nur 20 Spieler spielen? Aber schau mal, es sind 420 Es sind 420 online, wie geil Da können echt nur 20 Leute auf dem Server spielen Wenn wir jetzt mich verarschen Nope, wir können gerade keinen Mittelman, tut mir leid, Jungs Kannst du Dastinator auch Talkpower geben? Jo, hey Dastinator, hi OneNightStand, wir sind aber gerade Beschäftigt, wir sind gerade auf einem anderen Server Halt die Fresse, wenn mich jemand als Mittelman will, dann Zeune ich auf rüber, zu mich verarschen Oder was? Gerade habe ich dich auf einen anderen Server gebracht Und jetzt direkt musst du wieder rüber Jungs, könnt ihr euch nicht einen anderen Zeitpunkt zum Handeln ausführen? Das ist gerade wichtig Das pisst ihn gerade voran an Ja, das ist wichtig Das ist wirklich wichtig Okay, worum geht's denn? Ein 4er 4er Merch Ja, für 70.000 mit 5 Spawnern Für 70.000 Na, das ist doch deutlich mehr wert Ja, ist mir egal 200.000, Alter Ist mir egal Dann ist meine Provision höher Ja, da muss ich aber mehr bezahlen Es ist mir doch egal Wozu ich kriege mehr Provision Das ist ja die logische Kannst du TV2 kommen? So, ich muss erst mal wieder joinen Hey, Waldruhe Waldruhe ist bester Mann, Jungs Du filmst da gerade, ne? Ja, er ist filmt Ja, er ist filmt Die Abos, was hast du? 600 mittlerweile, glaube ich Gönn dir Was habe ich? Abos schon, oder? Hm? Wie viele Abonnenten? Achso, 600 irgendwas Boah Ja, aber die Sache ist Die aktiven Zuschauer werden nicht mehr Deswegen die Abos Die 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 Warte Warte Hier So, Griefer Games Kannst du auch ein paar Ja, das Fast schon Fast schon Kann ich ja dann Walthbrüder So, City Build 2 Habt ihr gesagt, ja? Ja Walthbrüder? Ja Kannst du den Leuten bitte Ähm Noch Einfach Skonto oder so Ein Scheiß hinzufügen Was sind denn die Leute? Äh, irgendwas Was ich auch noch an Geld bekomme Dafür, dass ich das ziehe Der Spawn wurde hier gegrieved Auf City Build 2 Hier fließt Wasser Wo kein Wasser fließen soll Äh, wir sind auf Flüfer Games Heute, wo dir hier kein Überall Wasser fließen Der Spawn wurde gegrieved Ich hab grad mein ganzes Äh, mein ganzes GS hier auf Da ist ein Flex auf dem GS 130 ist Ender Chest Glaube ich Und das eine ist Ähm Redstone Truhe Ne, keine Redstone Truhe Nur Ender Chest 6P Mill Ah, hier hast du auch noch ne schöne Kasse Schlechtlasker ist Hab ich geschafft, wir kommen Deswegen verkaufst du so billig Ja Ja, das ist übel korrekt Dass du so billig verkaufst Aber Jungs, könnt ihr mal ganz kurz sagen Dass Valtruid ein guter Spieler ist? Valtruid ist ein sehr guter Spieler Ja, ich bin ja dankeschön Bitte Oh, danke, danke So, wo muss ich denn hin? Ähm, zu meinem Erstgast Ich war der, der den Auermacher gekauft hat Äh, wie, wie heißt du denn? Ja, Marta Genauso wie ein Team Team Achso, genau, genau One-Night-Stand Achso, genau, genau, ich spreche P-H One-Night-Stand So So Ja, payst du in die 70.000, das ist die Nahtor Ja, Slash-Bank Das Ding für nur 70.000, dann machst du ja das Geschäft deines Lebens Ich hab's geschenkt bekommen Ich hab's geschenkt bekommen Valtruid, ich pay dir, okay? Äh Darf ich denn das Geschäft geben sofort? Ja, mach das Erst wenn er gepayt hat So, jetzt hat er gepayt So Ist der Drohner So Provision zieh ich dann gleich ab Äh Du schuldest mir noch, äh, ne Million Ich? Okay, kannst du mir geben Okay, kannst du mir geben Das stimmt so gar nicht, Valtruide, das weißt du ja Ja, 63.000 Du, ich hab' Ja, danke Danke auch Du, ich hab' gerade 122.000 verloren Danke, Wonderscent und Valtruide Jetzt hab' ich wieder Ja Äh, waltruide, ne Frage Leute, ich bin mal wieder weg, ne, danke Ja, danke Ciao Ähm, war Kirche nicht eine Zeit lang jetzt erstmal im Urlaub gewesen? Ja, ja, zwei Wochen Eieiei, das hat sie in der Zeit nur gemacht Mit dem Villager-Sport? Ey, für nur 70.000 hätte ich das Ding gekauft Also, weißt du, vor allem, das ist schon ein Vierer-Merch Also, hier... Ja, Vierer-Merch hätte ich sowieso da so für 70 schon geholt, weil ich das immer für 100k wegkrieg Das ist schon allein, das ist sozusagen Und dann noch fünf Spawner drauf? Wow Na, ich hab' jetzt nur einen entdeckt bisher Aber die anderen scheinen dann alle in der Erde zu stecken mit irgendwas Ein Hatter geschenkt bekommen, ist auch geil Achja, aber Waldi? Ja Ähm, kannst du mich bitte auf den Touch lassen von Valtruide? Und die, und die ganzen, das ist mir jetzt echt zu anstrengend Du spielst doch auf Cannabis.de Da müsste ich ja zu anderen... Lass dich wieder auf Cannabis-Plays Da, da, da muss ich, da müsste ich ja zu anderen Maus greifen Lass, lass, lass schnell zur Kamera der Cannabis-Plays lieber gehen Ich muss erst mal ein Highlight-Video machen Warum? Naja, weil ich Mittelman bin Ach ne, hör auf jetzt, bitte komm erst mal auf Cannabis-Plays Nein, ich mach jetzt ein Highlight-Video Alter, du willst mich doch verarschen Ich bin nicht mehr lange online bei Valtruide Ja, wie lang denn noch? Noch vielleicht 10 Minuten 20 Naja, das reicht doch, Picke Stocke jetzt ein bisschen auf Cannabis-Plays Und dann kannst du dein Highlight-Video gerne drehen So, ich mach jetzt mein Highlight-Video Bis gleich, ich mute mich so lange Microphone muted Und dann kannst du dich